Also das war die Fasilität, die Axelor gesprochen hat. Sie hat uns unter Verwaltungsverwaltung. Ich kann mir fast garantieren, dass sie die V.O.W. hat uns verletzt, um uns zu eliminieren. Du kannst sie über das und über Jill, wenn wir sie finden. Okay, dann findest du sie. Egal. Das war... Unschön. Ein bisschen krass, ja. Sehr unschön. Wundervoll lange? Hier, oder? Ja, hier. Aber ich wollte sagen Heilung. Oh ja, das ist gut. Besser ist besser. Ach, du hast auch die Schutzweste jetzt angezogen? Ja, besser ist... Ah, cool. Ich find's gut, dass man die auch wirklich sieht. Manche Spiele sieht man nicht, aber man hat sie trotzdem irgendwie an. Ja, ja. Da gibt ja noch die zweite Rüstung, diese Schutzweste. Die sieht man dann auch. Ja, extra noch. Das ist cool gemacht. Kleines, aber feines Detail. Genau. Ach, ich will nicht hier rein. Na. Oh. Oh, Spinnweben. Oh, komm schon. Obwohl, der war hier lange keiner mehr, oder... Spinnen, so oder so. Hier kommt gleich irgendwas. Sehr, die Spinnen, die Spinnen. Die Spinnen, die Spinnen, ja. Schön. Das ist meine. Meine. Äh, ja. Gut, können wir wieder gehen. Ja, süß. Tschüss. Tschüss. Oh. Oh, fuck. Okay, jetzt haben sie Maschinenpistolen. Soviel zum Thema Zombies. Hirntot. Ja. Ähm, ich werde mir aber erstmal meine ganz normale Waffe nehmen hier. Weil da habe ich so viel Schuss, die kann ich erstmal verballern. Du hast immer noch die Standardpistole, ne? Ja, genau. Ich habe ungefähr 100 Schuss mit der. Oh, kleiner Freak. Okay, vorsichtig. Sofern das irgendwie möglich ist. Ja, natürlich nicht. Ich bin gerade rechtzeitig in Deckung gegangen. Aua. Ja, ich treffe aber auch nicht den Kopf. Oh, Rolle, vorwärts. Schön, beim Turm war der Beste damals. Ähm, da ist noch jemand, ne, oder? Da stand doch immer noch irgendwo hinter der Tür. Nein? Also es waren drei Mann. Ach, Dieter sind schon weg. Okay. Ja, ja. Ich habe jetzt nur zwei mitbekommen. Oh, natürlich. Ach, scheiße, genau, die mit dem Elektroshocker-Kram. Ach, ja. Ich erinnere mich, ich erinnere mich vage, aber ich erinnere mich. Ja, toll. Die mag ich ja gar nicht. Kraut genommen. Ja. Hier sind noch ein paar, beziehungsweise eine Kiste. Oder Geld. Naja, kleinen Team macht auch Mist. Hm, ja, stimmt allerdings. Das waren 300, ne, oder? Oh, fuck. Tschüss. Das war Nummer eins. Der andere ist dahinter. Ah, genau. Krasse. Ja, er liegt aber noch. Er ist nicht tot. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Du hast keine Granate oder sowas, ne, oder? Mm, mm, mm. Gerade nicht. Nein. Scheiße, eigentlich. Aua. Köpfe weg. Er wollte gerade gar nicht sterben. Aber da hat er eine Granate. Ja. Ach, blend. Ja. Ah, blend. Das ist ja lächerlich. Wow. Was ist du denn? Ja, bitte. Kein Problem. Gern gemacht. Ja, bitte, bitte. Danke. Achso, weiß ich nicht. Ich schieße einfach auf alles, was sich hier bewegt. Kann man auch gut mal machen. Da liegt immer noch. Der sammelt ein. Ja, ich sammle erst mal ein. Ich wollte eigentlich auf ihn rauftreten, aber da lag eine Munitionskiste daneben. Deswegen hatte er es nicht genommen. Natürlich. So, hier war aber auch alles weg. Genau. Ja, ich gehe mal hier rin. Ja. So, das Kraut. Heilung ist immer gut. Gut, gleich mal kombinieren. Was wir am Hammer. Oh. Äh. Ah. Äh? Ach, du musst da hin. Ich muss dann da hin. Ich dachte, ist ja egal. Okay. Ich dachte, es wäre auch egal. Man lernt nie aus. So, nächste Etappe. Toll. Oh, nix drin. Nee, doch. Was? Also irgendwie habe ich gerade ein paar Lecks. Okay, die nächsten Pistolenmagazine kannst du nehmen. Ja. Ich habe gerade ein bisschen. Gerade, weil du auch mehr Schaden machst. Äh, Vorsicht. Oh, fuck. Ach, da bin ich wieder. Ja, hast du ein Timeout gerade gehabt. Ja. Das war der Teamspeak, liebe Freunde. Ja. Da hatte ich kurz ein Timeout. Weil ich habe mich schon den ganzen Zeit gewundert, du hattest ein paar Lecks. Also, jetzt nicht in der Sprache, sondern eher im Spiel so mäßig. Aber gut, meine Freunde, das ist halt Technik. Da können wir nix dafür. So, ich rücke ein bisschen vor. Ja. Oh, das war die falsche Munition. Was ist hier explodiert? Das war ich. Ah. Das war ich auch. Ja. Mr. Boom Boom Boy, ist ja okay. Also sowas von. Boom Boom Pow. Ich nehme erstmal alles auf. Ja, mach mal. Ich nehme hier ein bisschen was auf. Okay, wir haben Munition, super. Ja, ich habe auch ein bisschen was für dich. Ja, sofort. Hier ist noch was. Oder? Nee. Ach so. Dann eben nicht. So, ich habe für dich. Was hat er denn? Das. Und dies. Die so alten Sticker-Alben, ne? Lass mal tauschen. Ja. Ich will einmal die 40 da. Ah, Schrot. Okay, super. Ich habe jetzt 70 Schuss. Cool. Ähm, geben. Boah. 200 Schuss. Warum nicht? Warum nicht? Kann man ja mal machen. So, Heilung haben wir immer noch eins. Nicht viel, aber naja. So, es geht abwärts? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. B7, B6. Versenkt? Was? Ja, anscheinend nicht. Oh, ich höre wieder was knurren hier. Ja, ich sehe schon das Blut. Ja. Ich habe schon gar keine Lust mehr. Toll. Du hast doch die Schrote. Mach doch mal was. Ja, ich benutze sie einfach mal. Da habe ich ja gerade auch genügend Schuss. Ja, eben. Also, der Herr. 70 Schuss. Na, Haller, die jo. Da kommen wir so nicht durch, ne? Nee, nicht wirklich. Das sieht unschön aus. Fuck. Ähm, gut. Ähm, bist du, ähm, entsichert und geladen? Entsichert und bereit. Äh, doch, da können wir durch. Ähm, ich probiere mal was. Warte mal. Selbstmord. Hat ja so funktioniert. Ja, ich dachte, ich dachte, ich wäre leise genug, aber ist wohl nicht so. Komm, lieber ein bisschen zurück. Ja, ich komme wieder zu dir. Ah, ich glaube, ich habe das gesockt, ey. Sehr gut. Ja, ich lasse sie mal ein bisschen mehr schießen. Ja, genau. Wenn es brenzlig wird, kannst du gerne zwischenfunken mal. Ja. Weil die Schrot finde ich, ist dann doch ein bisschen effektiver gegen die. Ja. Alle am Nachladen. Schön. War aber easy. Das stimmt, das geht. Das ging eben voll klar. So. Das ist ein langer Gang, da kann noch was kommen. Und irgendwie läufst du schneller als ich. Äh, stimmt. Hm. Ne, toll, jetzt lauf mal wieder zurück. Ja, okay. Oh ja, ernst. Oh ja. Oh. Okay. Verdammt. Jetzt brauche ich es aber auch. Blötenwies. Oh, ah, hin. Oh, Leo. ich bin totgleich ja ja ich hab's nicht alter ich bin vollkommen alle auch ganz dringend ein bisschen was alter krass unschön so was ja auf jeden fall ok keine clicker mehr hoffentlich ja hoffentlich die mistviecher diese echten mistviecher ok alles klar ok damit ich dann doch wieder clicker haben wie heißen die ja clicker ne lecker lecker ach wie komme ich jetzt auf clicker weiß ich nicht du spielst mit maus oh gott nein controller ach du spielst mit controller ja ich spiel mit controller ach was ich mache das ganze mit tasten von maus das kann ich ein bisschen besser um ach ja weil du ja ein fadenkreuz hast ne du hast du dich gar nicht gesehen die sind nicht erfreut nicht wirklich ich bin geblendet ja da steht ja auch hier ja ich hab mich zu schießen hier jetzt hör doch mal auf ja schmeißt die handgranaten da oben ist einer der wird zum dauern ach hast du ihn? ja aber da war noch einer da steht auch noch einer ja glaube er ist tot oder? ähm nein ähm nein ähm nein ähm nein ich hab ja auch eine schutzweste ich hab wieder hoch geschossen naja aber er ist tot ja ist der tote ist tot der untote ist tot obwohl da ist ja hier ist ja noch einer ja der steht wieso wirst du eigentlich nicht geblendet? weiß ich nicht wo ich geh jetzt hier hoch ach da steht er da steht er ich sehe ihn ach da drüben ist da noch einer ja ok der ist tot so ein anderer auch lass mal schnell hin bei Munition so sehr schön jo jo alles klar kisten hier hinten ja hier hinten ist ja soweit nichts so ein paar kisten aber ansonsten habe ich ihn nicht gesehen tolle oh so ah so ist dann doch besser hm hm ok äh wohin jetzt äh ich hab das dumme gefühl dass sie aufs laufband müssen von hier aus ja ja oh mein gott unschle aufs laufband allein schon laufband ja 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 gut ok ja gut äh immer in der Mitte laufen dann rollst du nicht zurück oh auf die idee bin ich nie gekommen wo die idee eigentlich so ne äh hat was na geschafft oder hilft dir jemand da oben hm Darth Vader oder wer ist das? der darf ich wagen ha au ja ok ja weg ist er äh jetzt geht doch Spaß weiter ja ja so jetzt sind wir hier oben genau dann äh ach shit da kommen ja die ganzen aaaah ja ja alter huh der ist er explodiert ist er explodiert ähm ja gut das ist er ich schieß mal ein paar kaputt damit wir ein bisschen freie Bahn haben ja da oben ist nämlich einer ok oh äh oh ja hab ich sehr schön oh das einer mit 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 zwei mit schuld ja lass uns dann die kisten kaputt machen die laufen auch oft in der Mitte ja die sind nicht doof äh ne das ist richtig ja wah wuuhuuhu wuuhuuhu auf den fuß rauf schießen hier äh du fuck aah ich hab ihn grad von hinten erwischt ja sehr gut so komm weiter das ist was selbstmord ist das doch oder ist ja noch einer ne also irgendwie triffst du immer die richtige stelle oder kann das sein immer schön auf die Handgranaten drauf schluss mit lustig jetzt hier ja naja gut laufmann bleibt stehen ja 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 so und für alle Freunde hier ist äh dieses äh Ding da und lässt sich extrem scheiße treffen das stimmt ah du hast es ja so und ich hab ja noch 34 Schuss ja oh was ist denn da jetzt wieder drin oh ähm weiß ich nicht warte mal ich geh mal ganz kurz rein um soll ich mal auch mal um ja oh äh noch ein Teil hier MG deins bitte ja ach wat hmhm ja jetzt werd ich zugeschissen hier mit dem Zeug pardon aber ja auf einmal ja ist keine Maschinenpistole und jetzt gleich zwei da liegen verkohlte das sind vielleicht die die man gesehen hat in der Zwischensequenz das kann natürlich sein aber die sterben nicht ne die kannst du die ganze Munition drauf ballern da wird es nicht anders werden naja schade kein Saft hm ok Stromversorgung müssen wir herstellen natürlich nichts einfacher als das was auch sonst easy oh oh Boros Raketen na toll ach du scheiße ähm hm was zur Hölle ach ach du scheiße hm hm okay gut hier ist noch Munition für dich ja ähh ähh jetzt weiß ich was ich verdrängt habe hkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkkkhkhkkhkkdmhkkkdmhkk Ja, mit diesem beschissenen Virus natürlich drin. Ja, Wesker. Ja, Wesker. Irritatüpp. So richtig abgehoben. So, ich mach das aber hier noch gar nichts, weil ich mach erstmal hier. Ach, ich bin ja voll. Ach, toll, hey. Wegwerfen. Pistolenmunition kann ich nicht mehr aufnehmen. Komischerweise. Warte mal, ich guck mal kurz rein ins Menü. Ja, gib mal die Handgranate da vielleicht. Ah ja, genau. Ja, dann kannst du wenigstens die Pistolenmunition aufnehmen. Blendgranate brauche ich hier nicht. Das ist Quatsch. Hast du einen Teil von grünem Zeug hier? Nee, ich hab grün-rot, ja. Aber nicht. Ach so, okay. Dann nützt uns die eine rote ja nicht. Nee. Jo, Strom ist an. Und dafür mussten sie jetzt Elektroniker rufen. Tschuldigung. Äh, was? Das war der Nachbar. Ja, warte war das. Ähm, warte, ähm, wo ist denn hier meine, ähm, ähm, da. Gut, äh. Ah. Das ist nicht geschlüpft. Das klang wie Hindu und, oder? Das ist nicht nur. Vielen Dank.